Guten Morgen Internet, der Vlog startet tatsächlich mal an einem Montagmorgen. Verrückt. Es ist 8.48 Uhr, ganz genau. Und ihr hattet euch gewünscht, dass ich euch mal wirklich komplett so durch den Arbeitstag ein bisschen mitnehme. Das werde ich heute versuchen. Allerdings weiß ich auch jetzt schon genau, dass ich nicht alles zeigen kann, weil es einfach unfassbar langweilig ist. Auf meinem Wochenplan für heute, ich habe nämlich immer so ein Word-Dokument, da ist einen Plan drin, steht als allererstes das Gewinnspiel vom Kartenverlag auslosen, dann meinen Weekly-Vlog fertig online stellen und das Video für Mittwoch fertig einplanen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Und dann ist heute Drehtag, montags dreh ich nämlich immer. Ich muss heute um die Auflösung der Bookmission mal kümmern. Dann meinen Leserückblick machen, dann habe ich noch zwei Kundenvideos. Genau, das ist so der Plan für heute. Das ist schon ultra viel. Und das Krasse ist, ich habe heute richtig viele Fototermine noch, die ich machen muss. Ja, also ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das schaffen soll alles. Aber ich bin zuversichtlich und ich muss heute auch noch in den Schnitt direkt gehen. Also es ist ultra viel zu tun. Ja, und das ist heute so mein Plan. Ich werde wahrscheinlich auch noch so ein bisschen meinen Wochenplan bearbeiten. Ich will aber heute auch tatsächlich um 17 Uhr Feierabend machen. Das wäre das Optimale. Also es ist halt nicht immer so, dass ich um 17 Uhr Feierabend mache. Meistens mache ich halt auch erst um 8 Uhr oder so Feierabend. Wenn man halt einfach arbeitet und arbeitet und arbeitet und ich möchte heute aber tatsächlich um 17 Uhr auf Feierabend machen, weil ich noch ein bisschen RPG machen möchte. Um 17 Uhr einen Post schreiben. Ich habe nämlich gestern den ganzen Abend damit verbracht, alle meine Posts zu schreiben. Und einer ist jetzt noch offen und den will ich heute fertig machen. Und wenn alles klappt, spiele ich heute schon Dungeons & Dragons. Also drückt mir die Daumen. Wir haben jetzt ziemlich genau 12 Uhr. Ich habe so, glaube ich, bis 11 Uhr 20 meine ganzen Videos hochgeladen und eingeplant für diese komplette Woche. Ich musste die ja auch immer noch mal ansehen und gucken, ob alles in Ordnung ist bei den Videos. Deswegen dauert das halt manchmal auch echt ziemlich, ziemlich lange Texte schreiben und all sowas. Ja, und jetzt habe ich dann kurz Mittagspause gemacht, was gegessen. Dann habe ich mich gestylt. Jetzt ist 12 Uhr und wie ihr hier schon seht, wird heute ganz viel gefilmt. Ich habe übrigens immer hier so auf meinem Bett, das könnt ihr hier so schon sehen, lege ich mir mal alle Outfits komplett raus, die ich dann für den Dreh brauche. Damit ich nicht an den Kleiderschrank muss, weil der ist immer zugestellt. So, endlich fertig mit Filmen. Wir haben jetzt Viertel vor vier. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr noch eine Stunde Zeit, bis ich mir gesagt habe, ich mache Feierabend heute, um eine Instagram Story komplett zu schneiden, Fotos dafür zu bearbeiten und das an meinen Kunden zu senden. Und das mache ich jetzt als nächstes. Ich werde mich vorher aber, glaube ich, noch abschminken, weil ich sehe fürchterlich aus. Ich habe heute für den Film Adams Film die Fotos gemacht, deswegen ist das Make-up so heftig. Aber es klebt jetzt auch irgendwie alles. Und ich bin froh, wenn ich dann das ganze Zeug gleich runter habe. Und ich glaube, ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen oder einen Energy Drink holen. Weil nach dem Film bin ich immer megamäßig im Eimer, weil das so unfassbar anstrengend ist. Also wie gesagt, ich habe heute vier Videos gefilmt und dann auch noch bestimmt an die zehn verschiedene Fotosets gehabt. Ich liebe meinen Job, aber es ist schon halt auch anstrengend, ne? Wenn man einfach fünf Stunden, wenn man einfach vier Stunden am Stück halt vor der Kamera steht, merke ich auch immer wieder, dass mir der Hals ziemlich wehtut. Deswegen Froost und ich gebe mich jetzt Abschminken. So, es ist fast 19 Uhr, ihr Lieben. Und damit habe ich auch offiziell Feierabend für heute. Hat sich dann doch noch ein bisschen in die Länge gezogen. Ich habe, glaube ich, bis 20 nach fünf hier sehr viel gearbeitet. Dann habe ich bei uns in der WG gefragt, wenn wir essen wollen. Und alle wollten erst um 18 Uhr essen. Also habe ich noch bis 20 vor sechs gearbeitet und ein bisschen geschnitten und alles dann gegen Kunden geschickt. Und dann habe ich gekocht. Ja, und jetzt ist, wie gesagt, gleich 19 Uhr. So schnell geht der Tag zu Ende. Ich werde jetzt noch ein bisschen RPG schreiben bis 20 Uhr und dann wird Dungeons & Dragons gespielt. Ah, ich freue mich schon so mega. Ja, und dann schauen wir mal, was diese Woche noch so bringt. Diese Woche ist ja auch Cursed Child angesagt. Uh, Medienpremiere. Das ist das große Highlight der Woche. Ich gehe zweimal ins Kino und ja, schauen wir mal, was die Woche so bringt. Hallo ihr Lieben. Heute ist Mittwoch und damit starte ich wieder heftig in den Tag. Beziehungsweise ist es eigentlich schon halb zwölf und ich mache mir jetzt erst mal Frühstück. Ich bin nämlich so eine Person. Ich kann erst irgendwie drei, vier Stunden nach dem Aufstehen was essen. Ich kriege sonst nichts runter. Ich habe gestern super, super viel gearbeitet. Noch heute steht einfach mega viel an, weil ja eben jetzt am Wochenende die Buchmesse theoretisch wäre. Und wir Content umplanen. Ich und meine Kooperationspartner und das halt jetzt alles super kurzfristig ist. Deswegen bin ich heute nur, nur, nur am tippen und am rumarbeiten. Und gestern haben wir Onward im Kino gesehen und der war so, 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 so cool. Und ihr müsstet unbedingt schauen. Es ist ein ganz toller Fantasy-Film und ich dachte halt, es geht die ganze Zeit darum, dass zwei Söhne irgendwie mit Magie ihren Vater wiederholen und der ist dann nur eine Hose. Und das fand ich total bescheuert. Aber darum geht es halt wirklich nicht. Es ist wie Dungeons & Dragons. Ohne Mist, es gibt sogar Referenzen zu Dungeons & Dragons einfach. Es war so, so, so genial. Meiner Meinung nach einer der besten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Und heute geht es wieder ins Kino zum vierten Mal 1917 schauen. Ich werde nicht damit aufhören, die Leute ins Kino zu zwingen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ich heute alles schaffe. Wir wollen noch einen Lit-Cast aufnehmen. Mein Bruder kommt vorbei. Ich habe also ungefähr bis 18 Uhr Zeit, alles hinzukriegen. Und das wird halt alles sehr knapp. Drückt mir die Daumen. Hey, heute ist Donnerstag und es gibt ein kleines Zwischenupdate. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich die Kopfhörer aufhabe. Ich bin heute den ganzen Tag für Koppenrad unterwegs. Für den Instagram-Kanal mache ich ein Takeover. Das macht bisher mega viel Spaß. Es ist aber auch schon 17 Uhr, also ganz so lange Zeit habe ich nicht mehr. Und ich bin heute auch noch auf meinem Instagram-Kanal für Bold Life, weil ich ja Bold Botschafterin bin. Also ihr seht, die Buchmesse ist zwar abgesagt, aber das ganze Programm findet für mich heute trotzdem noch online statt. Es ist echt ein bisschen heftig, aber es macht so viel Spaß. Ich finde es so gut, dass wir daraus etwas Positives entwickeln konnten. Ja, und ich habe heute auch noch ein Video dazwischen gedreht. Da freue ich mich auch sehr drauf, euch das zu zeigen. Ich habe nämlich meine coole Geek-Jacke ein bisschen aufgepeppt. Ihr hattet mich nämlich danach gefragt, ob ich mich mal zeigen kann, wie das funktioniert. Und ich hatte voll Bock drauf. Also habe ich mich da heute mal ins Zeug gelegt für euch. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es noch so weitergeht, weil ja auch gerade Cursed Child ein wenig in Gefahr ist wegen des Corona-Viruses. Und ich warte eigentlich nur auf Infos. Und ich hoffe, da kommt bald mal was. Hallo Internet, heute geht nicht mehr viel. Ich habe eine Wärmflasche, mein Massagegerät. Und Tee. Was? Tee. Genau, und Tee habe ich da auch. Ich bin total kaputt. Ich habe viel zu lange gearbeitet. Und jetzt habe ich auch voll den Stressmagen bekommen, weil ich mich natürlich fertig mache wegen des Wochenendes. Aber ich versuche jetzt runterzukommen. Ich habe Jenny hier, die mir Gesellschaft leistet. Und wir posten. Und wie ihr seht, habe ich noch kein Wort geschrieben. Aber es wird sich gleich ändern. Und ich muss euch meine neue Errungenschaft zeigen. Seht, es ist nicht wunderschön. Es ist riesig. Du bist total doof. Es ist riesig. Tada! Es ist nicht toll. Also es steht da gerade nur provisorisch, weil wir immer noch nicht herausgefunden haben, wo es am besten hinpasst. Es ist so groß. Es ist auch einfach viel zu riesig. Ja, so schnell kann sich innerhalb eines Tages alles ändern. Aber gerade kam die hier rein, dass Köstscheid nicht stattfinden wird. Also weder die Premiere noch nächste Woche. Meine private Vorstellung. Meine private Vorstellung. Meine Tickets für meine privat gekauften Tickets. Ja, im Oktober geht es jetzt wieder weiter. Was für mich bedeutet, ich habe dieses Wochenende frei und nächstes Wochenende frei. Und die Veranstaltung, die darauf die Woche folgen sollte, die bei mir stattfindet, mit Bold, findet jetzt auch nicht statt. Es ist seltsam. Alles seltsam. Ich bin ehrlicherweise nicht überrascht, aber trotzdem geht es mir extrem beschissen. Deshalb. Anders kann ich es nicht sagen. Und ja, ich werde jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen und es positiv zu sehen, dass ich mir freie Wochenenden habe und Zeit für mich. Aber ich muss das mental als erst mal verarbeiten. Jessi, bitte erklär mal, welchen Begriff der Markus gerade sagen muss. Warte, halt. Warte, halt. Na, der Skulptor Dios genau. Na, wieso? Was ist denn ein Skulptor Dios? Wieso? Ich habe doch den Skulptor Dios gemacht. Jetzt bitte noch mal kurz zeigen, wie du das geknetet hast. Bitte. Versteh ich wieso? So heißt die Kategorie. Ach so. Das ist Kulto Beus. Hätte man erkennen können. Mürzen. Sehr schwache Türen. Schlittschuh fahren. Ballerina. Schlittschuhläuferin. Ach so. Kunstläuferin, Eiskunstläuferin. Hi ihr Lieben. Heute ist Samstag. Ich habe gestern mit meinen Freunden noch ein wenig Spiele gespielt. Und ja, eigentlich wäre ich um diese Uhrzeit jetzt schon längst in Hamburg und wäre auf dem Weg zu Cursed Child. Aber ich habe es euch ja gestern schon erzählt. Große Trauer. Ich wollte euch aber mal zeigen, was mir Koppenrad Tolles geschickt hat. Nämlich dadurch, dass die Messe ausgefallen ist, habe ich das Programm zugeschickt bekommen. Und Koppenrad ist halt immer ultra süß. Und die machen sich sehr, sehr viele Gedanken. Und das muss ich euch einfach mal zeigen. Zum einen kriegt man immer so eine schöne Pressemappe. Und ich liebe, 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 liebe diese hochwertigen Mappen von Koppenrad. Weil die einfach so richtig hart sind. Und man da so viel reinpacken kann. So und... So sieht es aus. Ich habe natürlich hier direkt schon was entdeckt. Es ist Schokolade. So sieht das dann nämlich aus, wenn der Verlag mir quasi die Titel vorstellt. Man hat dann immer so eine Kurzbeschreibung und das Cover, den Titel und weitere Informationen. Darauf freue ich mich schon mega. Das sind quasi Texte aus der britischen Literatur, die kurz und knapp erzählt werden. Ähm, wie der Geheime Garten, Romeo und Julia und Alice im Wunderland. Das ist alleine schon mega schön illustriert. Also das sieht so genial aus. Und Stolz und Vorurteil ist auch dabei. So und das hier ist ja wohl mal der Megaknaller. You don't look gay. Eine Auseinandersetzung mit homophober Diskriminierung. Ich finde es so genial. Das wird bei Bohem erscheinen. Genauso wie diese Titel hier. Koppenrath, Bohem. Ich finde es so genial, dass sich Bohem und Koppenrath auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Weil von diesen Büchern gibt es einfach immer noch viel zu wenig. Guten Morgen Leute. Heute geht es mir schon viel besser. Gestern Nachmittag ging es mir wirklich richtig schlecht. Weil ich einfach so traurig war. Und so eingenommen von, ja, von allem, was einen so runterdrückt. Und abends waren meine Freundinnen da. Wir haben einen RPG-Abend gemacht und ganz viel geschrieben. Das tat einfach gut und war schön. Und hat mir auch wieder gezeigt, wenn es mir nicht gut geht, ist das Beste eigentlich, was ich machen kann, meine Freunde irgendwie zu mir holen. Und dann wird das schon. Und gestern Abend habe ich auch noch eine tolle Entdeckung gemacht. Ich habe ja gestern ganz viel Cursed Child Liebe verbreitet online, um dem Cast und dem Kreativteam zu zeigen. Wir stehen hinter denen. Das ist eine gute Entscheidung, die sie getroffen haben. Und wir freuen uns auf die Wiedereröffnung im Oktober. Und habe dann ganz viele Clips gefunden auf YouTube tatsächlich. Von Harry Potter und das verwunschende Kind. Also von Fernsehsendern, die Aufnahmen gemacht haben während der Proben. während der Voraufführung. Und da gibt es so viele tolle Sachen. Und ich habe mich da mega drüber gefreut. Auch so kleine Interviews, in denen Matti zum Beispiel seine Perücke aufbekommt für Scorpius. Das fand ich einfach nur total süß. Wie Vincent, der Elbisspiel, da reinkommt. So, na, kriegst du deine Perücke? Ach, die beiden sind so goldig. Ja, und dann habe ich jetzt gesehen, dass Harry Potter and the Cursed Child, also London, gestern den V-Dance online gestellt haben. Also nur so eine Minute 20. Aber das ist einer meiner absoluten Lieblingsszenen bei Cursed Child, weil die so powerful und mächtig ist. Und der Tanz ist halt auch einfach total toll. Weil ich bin schon seit gestern am Rätseln, ob ich nicht mal ein Video mache über Cursed Child, warum mir das so viel bedeutet. Oder vielleicht mit meinen Lieblingszitaten oder mit meinen Lieblingsszenen. Mir würde es total helfen, wenn ihr vielleicht mal in die Kommentare schreibt, was ihr euch denn so wünscht zu Harry Potter und das verwunschene Kind. Also was für Videos ihr gerne hättet dazu. Weil dann könnte ich da auch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Weil ich möchte eigentlich den Content zu Cursed Child größer gestalten hier auf diesem Kanal. Weil das eben so ein großer und wichtiger Bestandteil meines Lebens einfach ist. Und ansonsten habe ich auch gestern ein bisschen was gemalt zu Cursed Child. Vielleicht mache ich da heute weiter. Ich habe heute tatsächlich null vor. Nada. Niente. Und wir haben schon in der WG überlegt. Wir machen heute Lesenachmittag und setzen uns ein bisschen hin. Ich wollte jetzt noch was schreiben. Es ist 10.30 Uhr. Und ja, gucken wir mal, wie der Tag so wird. So sehe ich übrigens aus, wenn ich gerade aus der Badewanne komme. Der Sonntag war total entspannt und ruhig. Ich habe nicht wirklich viel gemacht außer RPG und gelesen. Und das tat auch einfach mal richtig gut. Also ich bin sehr überrascht. Ich habe heute das Buch die ersten 80 Seiten gelesen und ich habe es jetzt fast durch. Es fehlen noch irgendwie 50 oder so. Es ist total schön, wenn man auch mal dafür so ein bisschen Zeit hat, einfach für sich ein bisschen was zu machen. Und ich hoffe, dass ich das nächstes Wochenende auch machen kann und einfach ein bisschen Zeit genießen kann. Ja, was soll ich sagen? Stay safe, bleibt zu Hause, passt auf euch auf und wir sehen uns dann. Dann komm mal, komm mal eben. Du musst dich mal neben das Plakat stellen, damit die Leute im Internet sehen, wie groß es ist. Auf gar keinen Fall. Bitte. Ich mach kurz mal richtig hin. Geilo! Du bist nicht n subject! Du bist ja. Du bist ja���ing, du bist ja vorst schon本isch.